Es gibt ja nicht einen Termin, bumm, jetzt geben wir das raus und bumm, dann kommen die alle und bumm, dann fangen die an, das geht nicht, sondern es geht sukzessive, es geht welches raus, die planen, kommen welche wieder, andere gehen raus, das ist so ein Problem, das steigt also systematischer. Ja, war jetzt, war sehr fachlich, ging Ihnen jetzt auch ein Tick zu schnell, mir auch, er erklärt es uns nochmal. Es gibt ja nicht einen Termin, bumm, jetzt geben wir das raus und bumm, dann kommen die alle und bumm, dann fangen die an, das geht nicht, sondern es geht sukzessive, es geht welches raus, die planen, kommen welche wieder, andere gehen raus, das ist schon ein Problem, das ist steigt. Ja, das ist schon ein Problem.